Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde zu die Siedler 7. Ja, die Chroniken von Tandrien. Ja, und wir haben schon das Problem, dass unsere Kanonen jetzt eine ordentliche Aufreibung kriegen. Oder auch nicht, vielleicht schaffen wir es gerade noch so. Das schaffen wir gerade noch so. Hey, Gegenschlag. Ah, krass. Oder auch nicht. Der Königreich wird angegriffen. Okay, zieht euch zurück. Gut. Ja. Jetzt, wo die Hektik ein bisschen nachlässt, hoffe ich mal, können wir zum nächsten Schritt übergehen. Erstmal wird viel mehr Weizen gebraucht. Viel mehr Soldaten. Ich hole ihn nicht. Ich hole ihn nicht. Oh, und der Steinbetz findet keine Rohstoffe mehr. Auch nicht schön. So, da gehen wir gleich auch noch als Hör. Oh, und der Steinbetz. Oh, und der Steinbetz. Und eine Kirche. Okay, Angriff abgeblasen. Sehr schön. Euer Königreich wird angegriffen. Okay, er kommt. Oh Gott. Okay, die Armee, gegen die können wir nichts machen gerade. So, das nächste, was ich brauche, ist... Dich auf besserer Verpflegung. Äh... Okay, jetzt hört euch zurück. Überlasst ihm den Sektor. Das brecht ab. Wir werden die Steine hier verlieren. So, da müssen wir beide Pützepräger abreißen. Wir müssen nämlich sehr stark um Dissemponieren. Okay. Ihr habt einen Außenposten an euren Gegner verloren. So, wo gibt es überall bessere Verpflegung gerade? Äh, das wollte ich nicht. Ja, das habe ich erwartet fast schon, dass wir jetzt hier angegriffen werden. Einer eurer Befestigungen wurde erfolgreich... Jetzt nicht mehr. Gut. Na gut, wir müssen doch den Ausbau der Kirche freischalten, irgendwie. So. Kirche wird ausgebaut, gut. Hier gibt es auch keine Steine mehr, also können wir die Berghütter auch einreißen. So, das hilft uns schon mal ein bisschen. Oh! Oh! Okay, das sollten wir zurücknehmen erstmal. Glückwunsch, eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Äh, wir sollten erstmal Weiz kaufen, weiteren. Und dann noch zwei. Ja, wenn wir Glück haben, repariert er den Sektor nicht. Und ja, das mit der Kirche hätte ich schon viel früher machen sollen. Gebäudeausbau fertiggestellt. Ihr könnt hier direkt Bier für Weizen kaufen. Ach ja, und irgendwo könnte ich theoretisch... Ein paar Schafe züchten. Okay, die Technologie erforschen. Die brauchen zwei Bier, gell? Ja. Ja. Also mach ich mal sechs. Zwei. Das war doch sechs. Drei. Bist du Träger oder Bauarbeiter? Na gut, wir können auch erstmal dann hier rum angreifen. Ich glaube, der baut jetzt hier... Entweder baut er da das Lagerhaus oder er befestigt wieder alles. Das sollte so doof wäre. Komm. 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 Hör. Okay. Komm. Komm. Schäferchen-Erden stellen. So, und jetzt das Nächstes muss ich dann wieder gucken. Oh. Ja, ich muss sehr viel Weizen kaufen.